Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Da die meisten dieses Jahr wohl nicht auf Oldaventura waren, aufgrund der aktuellen Lage hier ein paar Drohnenaufnahmen zum Auffrischen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 So, hier nochmal eine Info für Langstreckenwanderer. Wer also nach Kofete möchte und mal einen anderen Weg gehen möchte, nicht unbedingt nur die Straße entlang. Am Hafen, vielmehr rechts vom Hafen geht man einfach rechts hoch und landet dann genau auf dieser Strecke, die man hier so ein bisschen im Hintergrund sieht. Da läuft man zwar läuft, da läuft man zwar ziemlich alleine, aber man muss dort wirklich eine tolle Aussicht haben, man kommt oberhalb des Friedhofs vorbei und dann geht es nachher irgendwann rechts rüber nach Kofete, sprich Decolada de Kofete. Und dann geht es nachher, wenn man sich das Ganze auch noch einmal. Und dann geht es nachher und dann geht es nachher. Bis zum nächsten Mal.